Manchmal muss man sich verlaufen, um weiter zu finden. Aber Pixel bekommt man ja auch schon. Das wird nicht verkehrt. Das wird nicht verkehrt. Mhm. Mhm. Das wird nicht verkehrt. Oh, das sieht nach einer Arena aus. Noch so ein Böser gehabt. Das wird nicht verkehrt. Lass mir einmal von anderen Arbeitern helfen. Ich würde die Arbeit machen. Sehr schlimm. Dafür sitzt du da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh ja siehst du meine blöcke sind alle ich habe auf dem schiff noch welche ich meine damit hingepackt ja von schnurchen stein ja aber es ist ja noch das war sie so wir haben ungezieht was der kammerjäger nicht so tot ist gott sei schon tot ok siehst du mein kopf ist ja wie weit bist du mit brink schon fertig ich weiß auch nicht wie gesagt bei disco das einzige die aktuell so ein bisschen probleme machen wir haben schon mal eine grundbasis gelegt die mussten speichern auch mal hier raus machen so lange wir nicht da sind ja ich bin mir ist aber doch ich die sachen hier stehen lassen möchte ehrlich gesagt lassen wir stehen ist noch nicht so schlimm das ist die anfangs sachen die jetzt aber noch mal versuchen den planeten zu gründen machen wir das machen wir das im laufe der woche ja ich bin kurz hoch und haben wir die anderen saatgute noch runter ja was darfst du noch sein möchtest du noch reis haben oder jeden fall zumaten kartoffeln alles was zu essen weizen hat sich immer ausgezahlt ja da kann man immer mehr raus jetzt verbrauchten karotte habe ich noch das ist wunderschön Tomaten Tomaten Pülpi Ah und Kakao ich hab mal Kakaosaat Wahnsinn immer für Pülhidrate Scheiße Also dunkel hier hat jemand die Fakke raus gemacht Ich Ich Nee nix Ach ja Kannst du dir vorstellen ich werde schon bald 26 Das ist ja Jungspund So Mal Treppen Mal Treppen Aber du bist ja nicht alles gelootet wenn wir wiederkommen Dann drehe ich durch Wenn was? Ne alles gelootet ist wenn wir wiederkommen dann drehe ich durch Wenn du bist ja nicht Aber Sei Bescheid Ah Mensch passiert halt Würden wir auch nicht anders machen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht so, als würden wir nichts mehr finden in dieser Richtung. Gerade was so das Saatgut betrifft. Ja, stimmt wohl. So. Alles gesät. Wunderbar. Besonders Hass und Rache. Bitte? Besonders Hass und Rache. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Im Meer. Oh nein. Da war ich zu grober wütig. Was denn nun? Wieder eine Saat mit rausgezogen. Das ist auch der Beste. Der beste Gärtner ever. Wo bist du? Ich bin runde gerade. Ich möchte mir ein Rache. Was hier so ist. Nehmen wir noch ein bisschen Kapteen. Mampf aufsammeln. Ein paar Monster-Raketenwerfern. Am Schluss sind die Gips-Spucker. Pest. Ich treffe einen selbst noch, wenn du die tot gemacht hast. Das gibt's doch nicht. Können wir noch mal antrech. Ein paarminere. Ich bin der Tenen. Ich bin mir noch. Ich bin die Nase. Pest. Wöge das Schw voltage. Ich bin aufsammeln. Das kann mit den Gips-Spucker. Das kann mit dem K disfruten. Ich bin eine Alte. Ich bin der Beste. Ich bin vor allem. wie nennt sich das programm hier das korte ja so das gott ja wo ein link so also ich finde dort schon mal was schönes wenn ich noch irgendwie so was hin sollte wie so eine stand lampe das ist natürlich zusehen dass die eine stand angreifer habe ich jetzt nicht aber das hat mich klar gemacht wie wie im bild sich der kassel mal den link auf teams fliege schicken von diskurs müsstest du ja nee das liegt nicht so weit zurück da kann ich nicht mehr zurückscrollen dann ist man auf facebook weil ich jetzt offline bin ja am besten auf steam weil ich schreibe gerade mit ihm aus dem was denn bei facebook jetzt auf steam online geht dann schreibe ich wieder 50.000 leute an willst du kannst du deswegen trotzdem eine nachricht betrunken bei team schicken ach so das wusste nicht nur zu spät nein einfach nur das court dort kommen ist es nicht ich habe einen eigenen server alles klar schön nein nein nirg don nirg Irgendjemand was schreibt, oder woher ich... Ich wollte sagen, sehe ich das ja nicht. Aber schön ist, man kann sich den Leck des Servers echt zunutze machen. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, ich war ja schon. Schon wunderbar, was wir verschoben machen. Ist das schon dunkel? Ja, vor allem, ich habe schon wieder Riesenhummer gerade. Ähm, ich muss gucken, ob schon was Fertiges mit... ... oder nur geknuspert, wie du die Mast... ... bevor das wieder verfällt, weißt du. Aber es ist immer das gleiche. Ach, das ist sowieso, Leute, ich wollte... ...Cobblestone, Packet Cobblestone wollte ich draus machen, was das geht. Ich kann mir jetzt einen Jagdbogen machen. Hm, nice. Ach stimmt, da kann man die doppelte Chance an Fleisch haben, ne? Öh, ich erinnere mich. Nein! Achso, ich wollte gerade sagen. Doch, Cobblestone Brick, da ist es. Hey, 85 Stück. Ich weiß gar nicht, ob es sich nur lohnt für mich, dass ich hier Holz farme, aber... Oh doch, macht sich immer gut. Vor allem für die, ähm... ...ne? Für stairs, meinst du? Ja, genau. Wir überstehen uns. Alter. Wieso dauert das so ewig mit dem Craften? Blop, 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 blop. Ist das, was uns durch ist? Was ist das? Hier ist eine Hexe. Hier ist eine Hexe. Will ich die ansprechen? Hm? Hier ist eine Hexe. Möchtest du einen... Oh ne, kann ich mir... Doch, könnte ich mir kaufen. Möchtest du einen Hammer haben, der 28 Schaden macht? Äh, danke, nein. Eine Raketenwerfer macht mehr. Ich bin eine Rifle noch. Mit 10 Schaden... Mit 10 Schaden... Sag mal, sollen wir das hier auch... ...das ich erstmal eine Grundbasis schaffe? Golden Chest, oh Gott. Nee, die kann ich mir nicht kaufen. So viel Geld hab ich nicht. Kann ich was verkaufen? Ja, natürlich nicht. Doch, könnte ich. Ja, toll. Hm. Wozu sind denn die Capture Pods? Braucht man die? Oh... Ich hab die verkauft. Da kriegst du gut Geld für 100... 100 Pixel pro Stück. Kaufe mal einen. Hast du schon, äh... ein Chess Plate? Eine Brustplatte, besser gesagt. Nee, sowas hab ich bisher noch nicht. Okay. Okay. Ich brauch nur ein paar Pixel... ... vom Daxt. Wir müssen ja Zeug verkaufen. Ah, das leckt. Ich kann den Kram nicht hinpacken, den ich ja auch gebaut habe. Ähm... Was denn? Kack grad mein Spiel ab, oder? Oh, bitte, bitte, da ist nur dein Spiel. Ich hab hier grad die Hexe gefunden, die hat so viel schönes Zeug. Das ist mir bitte nicht übel. Nee. Der ist komplett spät abgekackt. Ja. Nein. Ah...